Heute hat sie es. Weitfällt sie nicht mehr. Bei der Stallbülle ist unten eine kleine Lücke und das Meisei tut sich da durchgedrucken. Die Katze hat keine Leute mehr durchgekommen und die Maus hat das Leben nicht mehr. Die Maus, voller Angst, bettelt im Stall um die Kuh. Bitte, bitte, deckt mich mit dem Scheißdreck zu. Die Katze sucht nach einem anderen Eingang aus inzwischen. Das Luderviech sollte man nicht so einfach da entwischen. Die Katze ist umeinander gelaufen und auf der einen Stallseite ist die Tür noch offen. Eine und weiter gesucht hat sie im ganzen Stall. Da herinnen muss es sein, auf jeden Fall. Duscht und da und hinten und faun und um und dumm, so saust die Katze im Stall herum. Da. Das ist verrückt. Die Kurpfla hat das Maus-Schwanzeil nicht ganz zusätzlich. Die Katze zieht sie aus und schon ist sie gefressen. Aus der Geschichte kann man was lernen, das sollten wir nicht vergessen. Nicht jeder, der die bescheißt, macht schlecht mit dir. Ob er zwei Haxen hat oder vier. Und pass auf, dass die nicht rollt, wenn die eine aus der Scheiße holt. Und das war das lege. Vielen Dank.